Ich bin der Bruno von Tealus und das ist nicht nur ein geiler Trick, sondern auch der Viral Volk von Habitat. Dieses Baby kommt mit klassischer State-Cigarette und hat dazu noch einen schön abgenähten und verstärkten All-the-Area-Bereich. Der Treter bietet eine nahtlose perforierte Zehenkappe, ein perforiertes Seitenpanel und einen verstärkten Fersenbereich. Geil, was? Ob man es glaubt oder nicht, die vulkanisierte Außensohle besteht aus recyceltem, natürlichem Kautschuk. Der Schuh wurde komplett auf Wasserbasis verarbeitet und bietet zudem auch noch ein paar nette, schicke Logo-Details. Wenn ihr mal eine andere Farbvariante möchtet als Grau-Schwarz, kriegt natürlich diese Läsens hier auf Laub dabei.